Es ist so schön, morgens zu duschen. Wie heißt es doch so schön, je mehr Gold man benutzt am Morgen, desto schöner wird der Tag. Mal sehen, ob das tatsächlich so ist. Ich hoffe, ich kriege diesmal heißes Wasser. Ich mag nämlich kein kaltes. Wieso kommt da nichts? Oh nein! Was ist denn hier los? Willkommen zu unserer neuen Challenge. Arme Studenten gegen Reiche. Na, wo bleiben meine Geldscheine? Ich muss mich abtrocknen. Oh Mist, ich habe mein Handtuch vergessen. Ich muss wohl Toilettenpapier nehmen. Okay, neuer Schultag. Nichts vergessen? Ich glaube, ich habe all meine Bücher gepackt. Erledigt. Oh nein, wie konnte das passieren? Ich habe ein Loch im Rucksack. Was soll ich jetzt machen? Es gibt keine Situation, aus der es keinen Ausweg gibt. Ich könnte meine Lehrbücher einfach in dieses Tuch hier packen. Oh, ganz schön schwer. Da werde ich wohl einen Stock gebrauchen. Ist immer noch schwer, aber ich glaube, ich kann das schaffen. Oh nein, heute regnet es auch noch. Wieso? Wieso ist der Bus nicht stehen geblieben? Na, endlich bin ich in der Schule. Wieso musste gerade heute mein Rucksack zerreißen? Oh nein, mein Stuhl ist auch noch kaputt gegangen. Okay, nichts kann mir die Laune verderben. Hä, wo kommt denn der Wind her? Wie ist das denn möglich? Oh, wirklich, das ist ja Mary. Äh, was ist denn da auf dem Boden? Vielen Dank für den Flug. Hey, ich verstehe nicht. Soll ich etwa alles selber machen? Aha, Miss Mary, was wollen Sie? Ich will mich hinsetzen. Natürlich, kann ich noch etwas für Sie tun? Ich brauche meinen Computer. Natürlich, Miss Mary. Ihr Computer. Okay, sie können gehen. Wieso kriegt sie alles und ich kriege nichts? Und wenn ich das zusammen mische? Ähm, hätte ich besser nicht tun sollen. Ich brauche sofort Hilfe. Moment mal. Ich kenne doch diesen Typen. Ich hatte seine Nummer hier irgendwo. Ah, ja, genau, da bist du ja. Hallo. Äh, ich bräuchte mal dringend Hilfe. Haben Sie mich gerufen, junge Dame? Ich bin hier. Äh, hier, ich muss dieses Experiment da machen. Könnten Sie mir bitte helfen? Kein Problem, für Sie tue ich doch alles. Aha, was haben wir hier? Das müssen wir wohl zusammen mischen. Hm, ganz einfach. Das brauchen wir auch noch. Oh, das könnte auch noch nützlich sein. Schön zusammenschütteln. Irgendwie gefällt mir die Idee nicht. Alles ist bereit. Wirklich? Schauen wir mal. Wir füllen den Kolben damit. Oh, das funkelt ja schön. Meine beste Erfindung. Wow, sieht wunderschön aus. Die Lehrerin kommt. Na, Mary? Oh, das ist ja wunderbar. Oh, dein Experiment gefällt mir gut. Schauen Sie mal, was passiert, wenn ich Ihren Blechstifter mit begieße. Schon wurde er golden. Unglaublich. Tatsächlich, pures Gold. Das kann ja gar nicht wahr sein. Fantastisch. Dafür kriegst du eine Eins. Oh, wirklich? Yeah. Ich wusste, dass ich es schaffen könnte. Was soll ich denn damit machen? Wo ist mein Buch? Oh, nein. Das ist ja eine Ratte. Ich glaube, ich komme auch ohne dich zurecht. Geh weg. Oh, nein. Die Ratte hat mein Buch aufgefressen. Wie konntest du nur? Oh, Menno. Mein armes Lehrbuch. Ich muss versuchen, irgendwie was zu verstehen. Dann eben ohne Lehrbuch. Ich nehme mir das hier und Edel-Minimiste das hier. Was passiert, wenn ich die zwei wohl zusammen mische? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Oh, nein. Was passiert hier? Nein. Okay. Wie läuft's bei dir? Wo hast du dich versteckt? Na, zeig mir dein Ergebnis. Ich bin fertig. Sehen Sie? Schauen Sie mal. Sie werden überrascht sein. What? Mein Bleistift ist weg. Da ist ja nur noch Schleim übrig. Das ist mega ekelhaft. Du solltest dich schämen. Wie konnte man nur so eine schlechte Arbeit leisten? Zweifellos. Du kriegst eine Sechs dafür. Aber nein. Wieso? Es wird Zeit, ein cooles Video aufzunehmen. Ich muss schnell durch. Hier können Sie nicht durch. Aber ich muss zu meinem Schließfach. Sie dürfen aber nicht. Wow. Die haben sogar Konfetti. Okay, ich bin fertig. Wow. So viele Likes. Tja, schließlich bin ich ein Star. Wo bleibt mein Wasser? Bitte sehr. Ja, danke schön. Das ist ja Mary. Die ist ein Star. Ich will auch ein Video drehen. Mit meinem Handy werde ich das wohl nicht schaffen. Wie auch immer. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach nur diese Kamera da. Ich muss erst mal hochkommen. Hallöchen. Komm mal her. Na komm schon, ich brauche dich. Und jetzt drehen wir mit dir auch ein paar coole TikToks. Niemand hat mich gesehen. Super. Hallöchen. Ich bin's, Emma. Und wir machen jetzt ein cooles Video. Also tanzt einfach mit. Was für ein schöner Tag heute. Was ist denn da los? Der werde ich doch das Leben zur Hölle machen. Guten Tag. Hallöchen. Äh, ich mache hier gerade ein schönes Video. Ein schönes Video. Ah, tatsächlich. Das ist so toll. Gefällt mir total, was du da machst. Wir können zusammen Spaß haben. Du meine Güte. Was passiert denn da? Nein, das kann ich mir nicht ansehen. Yeah, wir sind voll das coole Team. Ich bin so müde von dem ganzen Shopping. Jetzt wird es Zeit, einen kleinen Snack zu nehmen. Hier ist ihre Speisekarte. Oh, das bist ja du, Emma. Ups, das ist Mary. Wie peinlich. Ähm, was willst du bestellen? Mal sehen. Ich habe keine Lust zu lesen. Bring mir einfach was zu essen. Ähm, okay. Das könnte ich machen. Hier noch das Hähnchen mit den Trauben. Und ich glaube, ich habe alles gebracht, was wir auf der Speisekarte hatten. Guten Appetit. Wie wird ihr das alles essen? Äh, ist das Essen? Okay, großartig. Ah, irgendwie bin ich nicht hungrig. Ich gehe nach Hause. Ja, Moment mal. Und das hier? Äh, kannst du selber aufessen. Hier, ich habe bezahlt. Tschüss dann. Boah, die ist doch. Total großzügig. Jetzt gehört das alles mir. Na, endlich. Ich kann auch was essen. Niemand wird was dagegen haben. Schließlich hat sie ja dafür bezahlt. Oh Mann, ich bin ganz schön voll. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Aha, Emma. What? Du hast doch andere Verpflichtungen hier. Du verpflegst dich hier einfach an den Essensresten? Du bist gefeuert. Ja, ja, ich versuche hier schon aufzustehen. Komm, ich helfe dir. Mach, dass du rauskommst. Oh, was für eine schöne Puppe. Ich habe voll viel Spaß. Ich liebe es. Was Spielsachen kaputt zu machen? Gib mir deine Puppe. Und weg ist der Kopf. Was ist so angerichtet? Das war voll gemein. Wie soll ich jetzt mit der Puppe spielen? Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Ich klebe den Kopf einfach mit dem Kaugummi fest. Nein. Das hat nicht funktioniert. Ich kann damit nicht spielen. Okay, das Ding scheint zu funktionieren. Großartig. Was kannst du denn sonst noch? Oh, du kannst tanzen. Wie cool. Ich liebe dich. Beste Puppe. Oho, noch ein Spielzeug. Mach mal Platz hier. Ja. Wieso kann ich den Kopf nicht abdrehen? What? Äh, was machst du da? Vielleicht kannst du was erleben. Die dreht den Kopf? Nein. Bloß nicht das. Ja, zeig's den, Bengel. Mary, bitte. Lass mich gehen. Wunderbare Puppe. Und jetzt bring mich nach Hause, bitte. Vorsichtig, lass mich nicht fallen. Mary, das war gemein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss. Tschüssi, tschüssi, tschüssi.